Ein langer Zug von ein paar tausend Menschen ziehen durch die Wüste. Tief gebeugt gehen sie ihren Weg. Der Wind peitscht ihnen ins Gesicht. Der Wüstensand fliegt ihnen in die Augen. Schwere Wagen und Kamele führen sie mit. So ziehen sie durch die Wüste, vom Winde verweht und jenseits von Eden. Sie ziehen nach Osten, dorthin, wo das Paradies einmal war. Alle diese Menschen verband ein fester Wille und der klare Entschluss, wir suchen das Paradies, wir holen es uns wieder zurück, wir schaffen das. Weil der Himmel uns fremd geworden ist, schaffen wir uns den Himmel auf Erden. Auf diesem Weg kamen die Himmelsstürmer der alten Zeit in die weite und fruchtbare Ebene Schienach. Dort bauten sie sich eine prächtige Stadt mit einem gewaltigen Turm. Der Name, den sie ihrer Stadt gaben, war Programm. Babel heißt Tür zum Himmel. Seitdem sich diese Geschichte ereignet hat, hat sie sich millionenfach im Leben der Menschen wiederholt. Sie wiederholte sich bei allen, die versuchten, sich den Himmel auf Erden schaffen zu wollen. Dieser menschliche Versuch, sich den Himmel auf Erden zu schaffen, ist mit drei großen Zielen verbunden. Sie heißen Sicherheit, Ruhm und Einheit. Alle diese drei Ziele tragen die menschlichen Machenschaften in sich. Der Mensch versucht, durch eigene Kraftanstrengung und mit geladener Energie seinen hochgesteckten Zielen näher zu kommen. Das erste Ziel dieser menschlichen Bestrebungen heißt Sicherheit. Warum bauten diese Menschen eine große Stadt mit Turm? Sie bauten eine Stadt, um in Sicherheit leben zu können. Es wurde auch eine neue Technik entdeckt. Nicht mehr gehauene Steine und Mörtel werden verwendet, sondern gebrannte Ziegelsteine und Asphalt als Mörtel. Diese Technik eröffnete neue Möglichkeiten. Mit neuer Technik wird man unabhängiger. Mit den neuen Technologien lässt sich mehr Sicherheit gewinnen. Sicherheit ist immer ein wichtiger Faktor. Der Mensch mag das Gefühl der Unsicherheit nicht und somit versucht er sich abzusichern mit allen Möglichkeiten, die sich ihm bieten. Sicherheit ist ein großes menschliches Bedürfnis. Das zweite Ziel dieser menschlichen Bestrebungen heißt Ruhm und Ehre. Der Plan war, lasst uns einen Turm bauen, dessen Spitze bis in den Himmel reicht. Dies war immer so. Mit großen neuen Epochen war auch immer die Leidenschaft für Kolossalbauten verbunden. Die Pyramiden in Ägypten, die Akropolis von Athen, das Kolosseum in Rom und so weiter. Hier in Babylon bauten sie einen Götterturm. Seine Fundamente wurden ausgegraben. 91 Meter hoch war er, aus 85 Millionen Ziegelsteinen erbaut. Dieser Turm sollte demonstrieren, was der Mensch alles kann, was für ihn alles machbar war. Wenn ich heute durch die Megacities Asiens reise, bekomme ich immer noch den gleichen Eindruck. Hongkong, Singapur, Bangkok. Cities mit gewaltigen Wolken kratzern. Und es wird weiter gebaut und gebaut. Der Mensch zeigt seine Schaffenskraft. Dieser Turm war auch ein Symbol für die feierliche Absetzung Gottes. Wir wollen uns einen Namen machen, sagen die Menschen und demonstrieren. Der Mittelpunkt ist jetzt nicht mehr die Macht Gottes, sondern das menschlich Machbare. Der Turm von Babel war ein Stufenturm. Man konnte an den Außenseiten langsam von Stufe zu Stufe immer höher steigen. Oben befand sich ein Altar, auf dem den Göttern geöpfert wurde. Dieses Stufensystem haben alle Religionen verinnerlicht. Der Mensch selbst versucht, Stufe für Stufe sich selbst zu erlösen. Er schafft sich seine Religion. Jede Religion in dieser Welt hat das sich selbst erlösen wollen in ihrem Kern. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Langsam steige ich Stufe für Stufe hinauf. Somit werde ich immer besser und vollkommener. Am Ende kann der religiöse Mensch sich selbst rühmen. Der Turmbau von Babel steht für alle menschlichen Bemühungen, sich einen Namen zu machen und sich ein Denkmal zu setzen. Er steht für das Karrierestreben, für das Streben nach Anerkennung, Ruhm und Ehre. Dieser Turm steht für die Absetzung Gottes. Das dritte Ziel aller menschlichen Bestrebungen heißt Einheit. Wohl auf, lasst uns bauen. Wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde, sagten die Leute von Babylon. Ihr Motto hieß, gemeinsam sind wir stark. Nur gemeinsam können wir die Probleme der Zukunft in den Griff bekommen. Alle müssen das einsehen. Die Spannungen zwischen den Kulturen und Religionen müssen abgebaut werden. Wir brauchen Einheit, Verbindendes, gemeinsame Ziele und ein gemeinsames Handeln. Kommt uns dies alles nicht sehr bekannt vor? Einheitsbestrebungen durchziehen die Weltpolitik. Eins sein gegen andere. Einerseits Einheit demonstrieren, aber auch Mauern und abgrenzende Linien deutlich machen. Sicherheit, Ruhm und Einheit heißen die großen menschlichen Ziele. Es sind drei Versuche des Menschen, den Himmel auf Erden zu schaffen. Alle Versuche des Menschen, den Himmel auf Erden zu schaffen, tragen die gleiche Bewegung in sich. Es ist immer die Bewegung von unten nach oben. Aber dann wird Gott aktiv. Auf einmal hören wir ein schallendes Lachen. Es ist das Lachen Gottes. Gott fängt an zu lachen und zu spotten. Der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Psalm 2, Vers 4 Da fuhr der Herr hinieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Welch ein Spott! Die Menschen wollen den Himmel stürmen. Sie wollen den Himmel auf die Erde herunterholen mit ihren eigenen Anstrengungen und Bemühungen. Aber der Herr sieht ihre Bemühungen da unten nicht einmal. So klein ist das Türmchen, das sie gebaut haben. Er muss heruntersteigen, sich herunterbeugen und genau hingucken, um überhaupt zu sehen, was die Menschen da gebaut haben. So groß und allmächtig ist der souveräne Gott. Was sind wir Menschen schon? Ja, wir sind seine Geschöpfe. Aber wir rebellieren gegen ihn, obwohl wir unser Leben Tag für Tag seiner gnädigen Erhaltung verdanken. Wir nehmen so viele Segnungen aus seiner Hand, aber rebellieren gegen ihn, wollen ihn nicht. Das ist der gottlose Schrei in jedem Herzen von uns. Wir sind von Gott abgefallen. Wir wollen von Gott unabhängig sein. Vergessen wir nicht. Diese Geschichte vom Turmbau zu Babel geschah jenseits von Eden. Der Mensch wurde aus dem Garten Eden hinausgestellt, denn er hatte die Gebote Gottes übertreten. Gott antwortete mit Gericht. Er kommt und verwirrt die Sprache der Menschen. Was für eine Verwirrung muss das auf der Baustelle von Babylon gegeben haben. Keiner verstand mehr den anderen. Sie zerstreuten sich in alle Welt. Babylon ist aber auch Wendepunkt. Gott kommt nicht nur mit Gericht, sondern auch mit Heil und Rettung. Ab nun an sehen wir, wie Gott den Weg für seinen Sohn Jesus Christus vorbereitet, der der Retter für alle werden wird, die ihn annehmen und ihm folgen. Zuerst wird Abraham erwählt. Aus Abraham entsteht das Volk Israel. Gott ließ immer wieder Propheten aufstehen, die das Heil dem Volk Gottes verheißen haben. Und dann kam der große Tag, an dem Gott selbst Mensch wurde in seinem Sohn Jesus Christus. Das Kreuz auf Golgatha, an dem Christus für unsere Sünde und Rebellion starb, wird zum Tor des Himmels. Durch das, was am Kreuz geschah, macht Gott den Weg frei. Durch Jesus wird es wieder möglich, in enger Gemeinschaft mit Gott zu leben. Jeder ist dazu eingeladen. Dann wird es Pfingsten in Jerusalem. Gott benutzt den neuen Weg der Versöhnung und kommt durch den Heiligen Geist zu uns Menschen. An Pfingsten in Apostelgeschichte Kapitel 2 sehen wir noch einmal eine Schar von Menschen, die gemeinsam unterwegs sind. Aber sie sind nicht unterwegs, um eine große Weltstadt zu bauen, wie in 1. Mose Kapitel 11. Nein, sie sind unterwegs, um eine große weltweite Gemeinde zu bauen. Sie versammeln sich in einem großen Raum. Sie beten und warten. Auf einmal werden sie ergriffen von dieser Bewegung von oben nach unten. Gott kommt zu den Menschen. Er gibt ihnen seinen Heiligen Geist. Der Geist kommt mit Wind und Feuer. Das Feuer legt sich in Form von Feuerzungen auf die Jünger. Wind erinnert an Leben. Wind gibt Erfrischung. Wind setzt in Bewegung. Die Feuerzungen zeigen uns, wie dieser Geist Menschen erfüllt, die dann Feuer und Flamme für Jesus Christus werden. Sie reden von Jesus. Ihre Zungen haben nur noch ein Thema. Das Evangelium. Alles, was Jesus für uns getan hat. Sie werden erfüllt mit Kraft und Freude. Sie fangen an zu predigen und reden begeistert vom Himmel auf Erden, der in ihrer Mitte schon begonnen hat. Auch sie sprechen auf einmal in verschiedenen Sprachen über Jesus. Aber die versammelte Menge in Jerusalem versteht sie. Jeder hört jetzt das Evangelium in seiner Muttersprache, in seinem Dialekt, in seiner Stammessprache. Menschen werden erweckt, erkennen ihren Unglauben und ihre Rebellion gegenüber Christus und werden durch den Heiligen Geist zur Buße und Bekehrung geführt. Sie werden neue Menschen. Sie erleben, wie ihre Sünden vergeben werden, wie Jesus sie neu macht. Auch sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Diese Bewegung aus dem Himmel ist unaufhaltsam. Diese Christen kann man nicht mehr stoppen. Wir können es ja nicht lassen, von Jesus zu erzählen. So bezeugen sie es. Es ist die Bewegung des Geistes. Brauchen wir nicht wieder neu diese Bewegung des Geistes unter uns? Vielleicht bewegt dich der Geist Gottes gerade, dein Herz für Jesus Christus zu öffnen, ihm dein Leben zu schenken, denn er liebt dich und will auch dich haben. Die Pfingstgeschichte ist eine Antigeschichte, ja eine Gegengeschichte zu der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Was passiert jetzt? Wir gehen noch einmal im Eilverfahren die drei großen Ziele durch. Sicherheit, Ehre und Einheit sind die ursprünglichen Ziele. Aber der Mensch versagte immer wieder. Jetzt aber baut Jesus seine Gemeinde. Jetzt sehen wir diese göttliche Bewegung von oben nach unten. Das erste Ziel auf der Baustelle Gemeinde Jesu heißt Sicherheit. Wir sind jetzt in Jesus sicher. Der Apostel Petrus, der sich vorher von einem jungen Mädchen einschüchtern ließ und es nicht wagte, sich zu Jesus zu bekennen, steht jetzt mutig vor der großen Masse von Menschen und bekennt sich zu Jesus und verkündigt ihn. Durch den Geist Gottes erlebt er die Nähe Gottes wie einen Raum der Geborgenheit. Petrus weiß, auch wenn ich abgelehnt werde, ich bin in meinem Gott geborgen. Auch wenn ich jetzt sterben müsste, ich gehe zu Jesus. Kennst du diese Sicherheit? Das zweite Ziel auf der Baustelle Gemeinde Jesu heißt Ehre. Aber nicht mehr der Mensch wird geehrt und ins Zentrum gestellt, sondern Jesus Christus. Jesus hatte es ja schon seinen Jüngern in seinen Abschiedsreden gesagt. Wenn der Geist Gottes kommt, dann wird er mich verherrlichen. Was ist das Thema von Pfingsten? Lies dir die Predigt von Petrus noch einmal durch. Petrus verkündigte Jesus. Wie er kam, wie er starb und auferstand von den Toten und in den Himmel auffuhr. Alles genau so, wie der Vater es geplant hatte. Aber jetzt ist jeder eingeladen, sich Christus anzuvertrauen. Die Apostel heben einander nicht selbst auf das Podest und versuchen auch nicht, sich irgendwelche Denkmäler zu erbauen. Wo der Heilige Geist weht und wirkt, wird es um Jesus gehen. Seit Pfingsten gibt es keine Jesus-freie Gottesverehrung mehr im Volk Gottes. Keine wahre Predigt ohne diesen kostbaren Namen Jesus. Kein Gemeindewachstum ohne die Verkündigung von Jesus. Die Ehre Gottes in seinem Sohn Jesus Christus steht in der Gemeinde unseres Gottes immer im Zentrum. Es geht nicht um uns. Es geht um Jesus Christus, der der Retter und Herr dieser Welt ist. Das dritte Ziel auf der Baustelle Gemeinde Jesu heißt Einheit. Auf dem Tempelplatz in Jerusalem waren Juden aus aller Herren Länder versammelt. Petrus predigt. Ein Wunder geschieht. Auf einmal hören die Versammelten die Predigt des Petrus in ihrer eigenen Sprache. Das Gericht der Sprachenverwirrung und der Völkerspaltung ist aufgehoben. Der Geist Gottes, der von oben kommt, macht wieder gut, was der Menschengeist zerstörte und nie erreichte. Der Heilige Geist verbindet Menschen zu einer Einheit in seiner Gemeinde. Auch heute versuchen Politiker und Kirchenführer eine Einheit zu schaffen. Sogar die Einheit unter allen Religionen wird angestrebt. Aber dies ist nicht die Einheit, die der Geist Gottes schafft. Der Geist Gottes vereint Menschen in Christus. Nur in Christus. In Jesus Christus sind Christen Schwestern und Brüder. Aus welchen Hintergründen sie auch kommen. In Jesus werden sie eins. Mich bewegt es immer wieder, wie Lukas das einheitsstiftende Wirken des Heiligen Geistes in seinem Werk der Apostelgeschichte herausstellt. Zu Pfingsten bekehrten sich viele fromme Juden zu Christus. Sie erkannten ihn als den Messias, taten Buße und wurden Christen. Die erste Mega-Gemeinde war nicht in Korea oder in Amerika, sondern in Jerusalem. Über 3000 Menschen bekehrten sich und sie lebten in Einheit zusammen. Aber es war nur eine Gemeinde aus den an Christus gläubigen Juden. Gottes Plan aber war, dass auch die Heiden, ja Menschen aus allen Völkern und Nationen, zum Glauben an Christus kommen sollten. Der erste Schritt war die Evangelisation unter den Samaritern durch den Evangelisten Philippus. Die Samariter waren für die Juden Feinde. Aber als Samariter zum Glauben an Christus kamen, da mussten die Gemeindeleiter der jüdischen Gemeinde in Jerusalem, Petrus und Johannes, nach Samaria reisen, um Augenzeugen eines besonderen Ereignisses zu werden. Als sie für die jungen Samariter-Christen beteten, da kam der Geist Gottes auf sie. Gott hatte seinen Geist bewusst zurückgehalten, um Petrus und Johannes eindrücklich deutlich zu machen, dass auch die Samariter-Christen durch den Geist Gottes zu dem einen Leib Jesu der Gemeinde getauft werden. Es brauchte keine zwei Gemeinden, eine für Juden und eine andere Gemeinde für die Samariter. Nein, sie waren jetzt eins in Christus, durch den Geist Gottes verbunden, zusammengefügt zu einem Leib. Hier wird die einheitsstiftende Kraft des Heiligen Geistes herausgestellt. Ähnliches erfährt Petrus dann im Haus des Heiden Cornelius. Denn auch die Heiden sollten zu dieser neuen Gemeindebewegung hinzugefügt werden. Petrus als typischer Jude tat sich natürlich damit schwer, in das Haus des Cornelius zu gehen. Juden vermieden jeden Kontakt mit den Heiden. Aber Gott zeigte ihm durch eine Vision, dass auch die Heiden jetzt zum Heil in Christus Zugang haben. Und als Petrus dann im Haus des Cornelius das Evangelium von Christus verkündigt, da kommt der Geist Gottes auf alle von ihnen. Petrus wird Zeuge. Auch die Heiden empfangen den Geist Gottes, wenn sie an Christus glauben. Sie gehören auch dazu. Gerade diese wichtige Wahrheit und Erkenntnis verteidigte Petrus später auf dem Apostelkonzil. Der Geist Gottes schafft Einheit. Später dann traf Paulus sogar noch Jünger, die immer noch im Alten Testament lebten. Wir lesen davon in Apostelgeschichte Kapitel 19. Sie kannten nur die Taufe des Johannes. Heilsgeschichtlich waren sie zurückgeblieben. Sie kannten das Evangelium noch nicht. Sie wussten nichts von einem Heiligen Geist. Aber auch sie wurden dann durch den Glauben an Christus und durch den Empfang des Geistes zur Gemeinde Jesu hinzugefügt. So sieht die einheitsschaffende Wirkungskraft des Heiligen Geistes in der Apostelgeschichte aus. Juden kommen zum Glauben, Samariter kommen zum Glauben, die Heiden glauben an Christus und auch die, die heilsgeschichtlich noch zurücklagen. Bis heute wirkt der Heilige Geist die Einheit unter Gottes Volk. Er heilt Verletzungen, überwindet Mauern und Zäune. Er führt zusammen. Lass dich mit hineinnehmen in die große Einheitsbewegung Gottes. Globalisierung war von Anfang an Gottes Ziel. Er baut seine Gemeinde global. Bis an das Ende der Zeit, dann wird die Einheit der weltweiten Gemeinde Jesu für immer sichtbar werden. Was hat der Turmbau zu Babel mit Pfingsten zu tun? Damals versuchten es die Menschen aus eigener Kraft, Sicherheit, Ruhm und Einheit zu schaffen. Sie versagten und kamen somit unter das Gericht Gottes. Ja, die Bibel sagt uns, dass wir unter dem Gericht Gottes stehen. Aber in Jesus Christus hat uns Gott den Weg der Rettung eröffnet. Wer zu Jesus kommt, erlebt, wie er von Gott zu seiner Gemeinde hinzugefügt wird. Da erleben wir dann die Sicherheit in Gott. Da ehren wir Jesus Christus allein. Und da werden wir zusammengeschweißt mit allen, die Jesus als ihren Herrn und Retter kennen und lieben, ihm folgen und ihm dienen. Da sind wir in Christus eine weltweite Familie Gottes. Da erleben wir Einheit. Heute schon und dann für immer. Das Schönste kommt noch in der Ewigkeit. Was wir jetzt erfahren, ist nur ein herrlicher Vorgeschmack. Gott segne uns alle mit seinem besonderen Pfingstsegen. Amen.